so und dann bin ich wieder wird aber jetzt vermutlich wirklich der letzte part weil danach findet mod treffen statt und da muss ich ja natürlich als quasi mit dabei sein wenn meine monster na gut die kopf schlagen sich nicht ein nein wenn ich mit denen alles besprechen möchte ist ja wichtig muss hier gemacht werden weil wir wollen dass das oster dilemma gut werde ich sogar besser als im letzten jahr wird alle die im letzten jahr definitiv noch nicht dabei waren dass beim oster dilemma handelt es sich bei uns quasi um einen oster stream war es nur noch nicht ob ich von samstag auf sonntag also von samstag auf oster sonntag streame oder vom na vom oster sonntag auf oster montag wird schwierig weil ein tag davon sind wir bei meiner oma wäre scheiße wenn das dann der montag wäre und ich dann total müde wäre oder der sonntag und ich dann quasi 36 stunden wach bin nicht gut deswegen entweder wird von dem samstag auf sonntag oder von montag auf dienstag und also ich vermute ja von montag auf dienstag als von samstag auf sonntag ja und da handelt es sich halt um einen 24 stunden stream genauere infos weiß ich tatsächlich selber noch nicht also ich kann doch nicht mal mit etwas großem anteasern es wird auf jeden Fall gezockt es wird gefressen und wie sonst was wahrscheinlich ähm 24 stunden wach wird lustig es werden bestimmt auch wieder einige gäste dabei sein ich weiß doch noch nicht wie oder nicht was vielleicht wird auch wieder was verlost also ich da muss ich echt mal gucken also da ja mal gucken ich hoffe ihr seid gespannt ein trailer ist auf jeden fall ja schon da den könnt ihr euch auf youtube angucken wenn ich nicht vergessen verlinke ich ihn hier am ende von dem video einfach mal ja mal schauen aber einfach ist das ganze ding hier immer noch nicht aber schon deutlich besser als beim letzten mal so so wir doch super gemeistert die knole wollten jetzt nichts ausdrücken weiß also nicht ob das die sind die wir brauchen oder ob das ganze kooperative knolle sind auf jeden fall dass wir bald wieder punkte kriegen dann kann ich nämlich weiter auf der auf das ding das gehen damit ich ja ich ganz oft unterbrochen werde hier elementare präzision da würde ich dann drauf gehen so die geier brauchen wir nicht mehr von den geiern haben war das aber von den wildschweinies brauchen wir noch einiges geiferschnauze was wir aber von den füchern noch bräuchten geiferszahn leber bräuchten wir ja noch na gut aber ich gucke jetzt erst mal nach den murloc augen die sind auf jeden fall hier in longshore so haben wir das nächste screenshot ich muss näher ran stufe zwölf ich kann nicht mehr tragen andere ist auch halb so wild ich bin außer reichweite die murloc augen kriegen wir relativ fix das ist schon mal gut hätte ich so jetzt tatsächlich gar nicht vermutet jetzt gedacht gerade dafür bräuch länger ja manchmal muss man ja auch glück haben wahrscheinlich haben wir jetzt kein glück mehr doch oh mein gott und wir nur noch die oka schrote schmuggler-taschen-uhr geifer-zahn-lebern null-tatze die knulls brauchen wir halt noch frag mich nur warum diese hier halt einfach nichts droppen ich glaube ich den als erstes die lassen einfach keine gnull-tatze fallen da nur jetzt hat's da einer Eine Gnul-Tatze haben wir schon mal. Mensch, das ist doch schon mal was. Wissen wir zumindest schon mal, dass es die richtigen sind. Sie haben nur eine sehr geringe Drop-Chance. Gut, ich gucke jetzt einfach mal weiter nach da hinten. In dem Bereich da. Weil ich mich, glaube ich, einmal ganz kurz hier runter stelle. Und dann bin ich gleich wieder da. Ich muss hier einmal ganz kurz nochmal aufs Klöchen. Und nun kann es weitergehen. Da sind noch mehr Gnulz. Gut. Ich wollte jetzt gerade nicht in den Wolf reinrennen. Obwohl ich es beinahe getan hätte. So ein paar Minütchen haben wir noch. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann nicht mehr tragen. Die Ewa-Gedärme brauche ich aber nicht, oder? Ne. Okay. Also kann ich eigentlich jetzt auch einmal kurz so machen. Mit Käse. Okay. Ähm. So. Gut. War hier nicht gerade noch ein Gnulkrieger, der hier rumgewartet ist? Da kommt einer. Kann ich noch nicht wissen. Ja, mit allen Wies will ich mich ja gerade hier sicher legen. Er hat auch nichts bei. Da ist ein Coyote. Okay. Dann müssen wir leider erst mal den... Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Den hier nehmen. Das lenkt immer noch auf. So. Das heißt, wieder warten. 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 Dann mal ganz kurz was nachgucken. Gut. Sind das die? Ja. Das sind die Schmuggler. Mal sehen, wie viele ankommen, wenn ich den jetzt angreife. Geht nur die Person da gerade. Ne denn. Eins von 15. Inventar ist voll. Da ist ein Gnulkrieger. Da ist ein Gnulkrieger. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Ich will dich auch noch plätten. Ich kann nicht mehr tragen. Gut. Die Milch lassen wir jetzt einfach mal... ...dernieder. Inventar ist voll. müsste es habe ich den fisch nicht verwendet jeder können weg das kann auch weg würde einen hafersack ich habe kein ziel zwei hafersäcke oh gott ich bin schon du armer kurzes Tuch gut. Ei, 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 ei. Okay. War jetzt so nicht ganz geplant. Ich suche hier eigentlich gerade den anderen Hafer Sack, der übrigens da ist. Oh Gott. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Okay. Und da sterbe ich. Ah, na gut. Ich werde jetzt einmal kurz zu meiner Leiche gehen. Und dann werde ich den... ...den Part wahrscheinlich beenden. Ich weiß, man war ja sehr, sehr kurz. Aber wie gesagt, ich habe jetzt Mod-Treffen. Also beziehungsweise jetzt so in der nächsten Stunde. Und... Ja. Deswegen... will ich mich da so ein bisschen... ...ranhalten. Nicht, dass ich da zu spät komme. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Das heißt, etwas abseits wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich würde sagen, hier ist ein ganz guter Ort. Ich würde sagen, hier ist ein ganz guter Ort. Ich bin glatt. ... Untertitelung des ZDF, 2020